Das ist Tom. Tom, so Job. Am Hadi ist eine Stelle frei geworden. In der Schlachterei. Papa, ich bin Vegetarier. Gute Arbeit finden ist nicht so leicht. Ich will was mit Menschen machen, wenn sie nicht so viel reden. Und einen sicheren Arbeitsplatz. Aber zum Glück... Wir haben genau das Wichtige für Sie gefunden. ...gibt ja uns. Bestattungsfachkraft? Olga Petrova. Hallo. Ich habe AIDS. Hier, ich kann niemanden mehr anstecken. Sind alle schon tot. Arbeit bei uns ist sehr begehrt. Sie wollen also Bestatter werden. Nein. Bis gestern wusste ich noch nicht mal, dass man das lernen muss. Er fordert Kreativität. Wir suchen einen Herstattmacher raus, damit er nicht explodiert im Krematorium. Und kompetente Beratung. Urne des Monats. Biologisch abbaubar. Sehr beliebte Jungleiter. Denn unsere Kunden sind sehr anspruchsvoll. Gibt es noch welche in Rosa? Und Aufträge gibt es immer. Totsicher. Guten Tag. Sterben kann gar nicht so schwierig sein. Bisher hat es noch jeder geschafft, oder? Ja. Hast du eigentlich Angst vor dem Tod? Es ist jetzt drei Jahre her, seit deine Mutter gestorben ist. Drei Jahre! Dass du dich ständig mit Tod beschäftigst. Das ist nicht gut für dich. Das Leben ist ein Arschloch. Manchmal, man muss tot im Gesicht gucken. Um wieder leben zu können. Wenn ich nicht aufpasse, dann verliebe ich mich in mich. Das ist so eine Horrorshow. Ich würde es gerne mit Ihnen versuchen. Besser als nix. Das ist... Gibst du mir jetzt? Scheiße. Das ist Juwelier-Win-Up. Oh!